Ich weiß nicht, ob das vom Establishment und von der kommerziellen Presse, ich kann dir nicht sagen, was die denken. Also ich kann dir nur sagen, ich glaube, dass die Headlines, die du in den Tageszeitungen unseres Landes und wahrscheinlich in der Welt liest, sicherlich nur der erste Vorhang sind, um das, was hinterm Vorhang ist, nicht sichtbar zu machen. Es gibt einen Film, Thrive. Und wenn man sich den mal anschaut, den kann ich allen Leuten, die hier zuschauen, wirklich nur empfehlen, dann kriegt man einen anderen Blick darauf, wie diese Welt eigentlich wirkt und was die wirklichen Kräfte sind, die da am Arbeiten sind. Man kann das glauben, man kann es nicht glauben. Ich glaube, das Beste ist es, man schafft sich in den Möglichkeiten, die man hat, seine eigene kleine Welt, die man auch beeinflussen kann. Weil alles andere, meiner Ansicht nach, ist sowieso nicht wirklich wahr. Und dann gehen wir mit einem anderen Blick auf, dass das Beste ist. Und dann sehen wir mit einem neuen Planen am Arbeiten. Und dann kommen wir mit einem neuen Plan und auf das Beste. Und dann sehen wir mit dem Planen ein, wenn man da ein paar Jahre weiterzude, Und dann kommen wir mit dem Planen anwenden.